Mögen eure Kämpfe ruhmreich sein. 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 Findet ruhm. Es sollte nicht lange dauern. Ein einfacher Sprung von der Himmelsfeste bringt uns nach Azeroth. Folgt mir. Untertitelung des ZDF, 2020 Großartige Landung! Seid ihr bereit, Magna zu suchen? Sein Grab ist nicht weit. Die Toten erheben sich. Etwas stimmt hier nicht. Diese Krieger sind ruhelos. Sie spüren scheinbar eine Art Stolz. Wir sind fast bei Magna's Grab. Die Toten erheben sich. Die Toten erheben sich. Sie begruben ihn hier nach seiner einzigen Niederlage. Kommt zu mir, meine schelmischen Brüder. Wir verschlägen die Macht im Inneren. Ach, Schänder! Wir müssen diese Abscheulichkeiten vernichten! Hier war der Vierbruch! Die Toten 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 der Vierbruch! Ich werde das Grab öffnen. Die Wächter gehorchen mir nicht. Wir werden das hier auf die harte Tour machen müssen. Die Wächter sind unnachgiebig. Wir können nicht hindurchlaufen. Wir sollten ihn übersprunkelen. Die Wächter sind blösen. Sein Wahnsinn hat auch die Wachen. Die verändern dich nicht. Die Tür ist mit Blitzen versiegelt. Wir müssen irgendwie hindurch gelangen. Wir sind da. Ja, Magnars Kammer. Champion, wir müssen ihn retten. Ich werde versuchen, ihn zu den Hallen der Tapferkeit zu geleiten. Falls er sich jedoch gegen die Wahrheit wehrt, hetzt er seine Wachen auf mich. Sprecht mich an. Dann werden wir beginnen. Ich lebe für den Kampf. Vater, ich bin es. Euer Sohn. Odin hat mich geschickt. Ich bin es wirklich. Ich fiel vor dir im Kampf um den Pass. Wir wurden verraten. Ich bin es wirklich. Kommen wir an. Niemand hat den Angriff überlegt. Nicht einmal hier. Ihr seid ruhmreich, der Fall. Die Hallen der Tapferkeit erwarten euch. Komm mit, Fatal! Ah! Oh, no! 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 Oh, no!